Die Welt ist rund, die Welt ist weiß. Wenig fühlt sich aus, wenig was ist Zeit. Löffel, die sind sie da, egal, es ist die Welt der Zeit. Riefe von Felix. Direkt aus dem Norden, der Süd, West und Ost. Für ihr mit dem Malon und Adel durch den Rott. Auch aus Amerika kommt jede Menge Trott. Riefe von Felix. Meine allerliebste Sophie. Ich weiß ja auch nicht, wie es passiert ist. Aber jetzt bin ich plötzlich bei den Indianern. Und die vier sind die Echten. Ich weiß ja auch nicht, wie es passiert ist. Liebe Sophie, hier in Ägypten ist es fast noch heißer als in Rom. Die meisten Leute kommen, um die berühmten Pyramiden zu sehen. Wenn du mich fragst, sind das Dreiecke, die verkehrt herum in der Wüste stehen. Im Inneren wurden vor langer Zeit die Könige der Ägypter beerdigt. Die Könige hießen Pharaonen. Der Pharao, der Pharao, der ist nur in Ägyptenhof. Der Pharao, der Pharao, der ist nur in Ägyptenhof. Hier im heißen Südland, wo der in Pyramiden lag. Liebe weit entfernte Sophie, ich glaube, jetzt bin ich in einer ganz, ganz anderen Welt gelandet. Stell dir vor, die Leute essen mit Stricknadeln. Hallo, hallo, du Lama, in Yoko, Yoko, Hama. Ich nack dir einfach Eis und Fisch, mit ihr Städtchen auf den Tisch. Bring alles in den Schaden, es geht auch ohne Gabe. Nur Wut ist nur Wut, das klappt doch schon ganz gut. Liebe Sophie, ich fürchte, irgendwie bin ich jetzt in der Steinzeit gelandet. Die Steinzeitmenschen laufen in Fällen herum, die etwas unordentlich zusammengenäht sind. Von Kamm oder Würste haben sie noch nichts gehört. Die Steinzeitmenschen laufen in Fällen herum, die sich in der Steinzeit gelandet. Die Steinzeitmenschen laufen in Fällen herum, die sich in der Steinzeit gelandet. Die KGF-Dinitats mit Briefen von Phoenix.